im stream von battlefield 5 ich muss heute noch teils zuvor endlich durchspielen wobei durchspielen da müsste ich halt erst mal warten also ich meine beginnt erst am 14 märz das letzte ja gut also das erste ok probieren wir es mal probieren wir es mal so 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 schweizer so 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 da ganz hinten vorbei kommt da einer wahrscheinlich der oder oder dann doch der ja hilfe ach du scheiße warum sterbe ich immer so schnell ich drücke doch l2 what the fuck warum hat er noch so viel leben okay wir müssen irgendwo anders hin er vielleicht taktisch nicht so klug natürlich ist doch noch verfügbar was hallo jetzt meine güte haben wir einen schlussplan feldwebel kannst du mal bitte aufhören mit deinem bein so zu wackeln boah nee da sterbe ich lieber ich lege dich wieder zusammen gut dann gehe ich mal ganz ganz unauffällig zu nein mein aim meine güte das war jetzt ein bisschen knapp ja 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 ne ne Wir halten alle Positionen, bald haben wir es geschafft, Soldaten! Achtung, wir verlieren Ziel, Anton! Aha! Aha! Oh, das ist einer von uns! Hallo Soldat! Mach doch, verdammt! Steh nur, vorne! Seht ihr das da drüben? Seid verdammt vorsichtig! Habt ihr das zu sehen? Seid vorsichtig! Ich bin bei dir, ja? Ja! Haha! Ach du Scheiße! Hilfe! Ne, ich geh hier lieber weg! Ich geh mal lieber zu C! Jetzt nein! Wir verlieren Ziel, Anton! Gott! Kommt hier wenigstens noch ein Medic vorbei oder irgendwie so? Ich sterbe! Hilf mir! Digi, kannst du vorbeikommen? Ich hab's erwischt! Brauche Sanitäter! Wow! Was ist das denn? Ich bin dabei, ich bin dabei! Ich bin dabei, ich bin dabei! Ich bin dabei! Es wird Zeit, das Ziel zu erobern! Da ist einer! Ich lege dich zusammen, Soldat. Hier, verhalts du erst die Hilfe brauchen. Wir haben Zielberta unter Kontrolle gebracht. Hört ihr ab, unser Oberkampf! Seid wachsam! Seht ihr das? Achtung, Zielfaser ist verloren. Oh nein, da höre ich doch schon den Panzer. Panzer nähert sich! Gut gekämmt. Zielhant und erobern. Hä? What the fuck? Alles klar, dass der da einfach 30 weitere Schüsse überlebt. Geil. Ich gehe dann doch mal lieber zu C, denn bei B steht nämlich ein Panzer. Hm? Äh, da ist ja auch noch ein Panzer von uns. Wir haben Ziel Anton verloren. Wir haben Ziel C da erobert. Einen Scheißdreck tun wir mit B. Ja. Unbedingt. Okay, bei A wird schon ein bisschen gehustelt. Ah, ich dachte ich könnte jetzt einen mit der Pistole holen. Schade. Scheiße! Hilf mir! Gleich haben sie uns! Leg deinen Tarn zu! Haben wir wirklich keinen Panzer? Doch, und der steht einfach da hinten. Der tut aber auch nix. Ey. Wir haben Ziel Cäsar verloren. Ich gehe da mal wieder. Pff. Ich gehe da mal wieder. Pff. Ich muss nachladen. Wir lagen nicht zurück. Wunderschöne. Wunderschöne. Ich muss nachladen. Ich aufgezeichne. Wut the fuck den habe ich zu spät gesehen verdammt ja panzer ja okay dann gehe ich mal kurz zu ich denke das hat gerade hinter uns eingeschlagen ja 3 3 wir dürfen jetzt nicht sterben oh gott okay na wir waren anton gut jetzt muss ich nur noch einmal siegen und dann hätte ich die belohnung da eine spitzhacke warum nicht schreit schreit sich schreit und Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, ich kuschel gerade relativ angenehm mit dem Stacheldraht, okay Hier ist doch wirklich einfach niemand, der dir helfen könnte Das ist doch traurig Wir verlieren in der Schlacht an Boden, übernimmt die feindlichen Ziele Komm, ich leg dich wieder hin Danke, Doktor Danke Was ist die Schuppe? Oh no, da ist glaube ich ein Panzer, oder? Jupp Nein, hä? Noch nicht mal Lassen wir dir doch noch ein kleines Geschenk da What the fuck, was war gerade los? Da hinten fliegt schon wieder der nächste Körper durch die Luft Bitte Hallo, bitte Oh, gerade noch so Dann lass mal hier ein bisschen verstärken Oh, dann kommen sie von hinten Geil Ich sterbe Ich sterbe Ich brauche Hilfe Sie sind die Scheiße Helf mir Ihr habt die Kontrolle von Zielwerter verloren Alles klar. Das war gute Arbeit. Wir haben Ziel Anton erhobert. Wir haben das verdammte Ziel eingenommen. Bewegt euch! Ich lege dich zusammen, Soldat. Ich bin erledigt. Helft mir! Aus und los! Das wäre, Soldat. Ich muss nur noch kurz nachladen. Was ist los wieder? Achtung! Wir haben soeben vier Daten erhobert. Hohen! Werfe Bomber! Wie beim Hauptschießen! Wir haben! Und wir haben soeben. Wir haben soeben. Vergel. Wie beim Hut. Oh! Alarm! Wir haben Ziel Anton verloren! Erstfassige Arbeit! Zielfäße an uns! Ein Willkommene Anbleche! Komm schon! Geil! WTF? Warum liegen hier drei solche Teile? WTF? 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 Ah verdammts! Das sah mir ja so aus, als wären wir mit einem Rauch. Aber, ja gut, anscheinend ja doch nicht. Okay, danke dafür. Ich denke, ich hole mir mal kurz den Buggy. Nur, wo ist der? Ähm. Da drüben? Nein, das ist er nicht. Hä? Das ist er auch nicht. What the fuck? Wo ist bitteschön das Kampfauto? So. 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 Und jetzt schnell weg hier. Noch ein Geschenk da lassen und dann passt das. Reif zu! Erste Hilfe! So. 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 Das werden wir so safe verlieren. Ja, alles klar. Die sind überall. Oh nein. Oh nein. Please no. Ich bin wirklich da. Ich bin wirklich da. Erste Hilfe. Ich bin wirklich da. Ich bin wirklich da. Komm, letztes Mal aber. Ich bin wirklich da. 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 Oder ich werde jetzt noch schnell gerettet. Ich bin wirklich da. Ich bin wirklich da. Undhen mir den da. Achtung! Der Panzer wurde in der Strecke. Das war's für heute. boah mann die rennen auch einem förmlich hinterher das gibt es doch nicht und warum haben die permanent c warum kümmert sich keiner drum und wirklich ja nicht mehr lang die sind alle unten okay okay und Ey, natürlich treffe ich nix. Ich schieße euch alle vorwärts, 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 vorwärts! Öffne hier mal! Stora greift! Ich schieße euch mal, du bist hier! Ich meine, du bist hier! Ich bin hier nicht der Fähne. Ich bin der Fähne, ich bin der Fähne. Gute Arbeit. Ziel Anton eingenommen. Wir haben Ziel Werther erobert. Wir haben Ziel Anton verloren. Hier! Oh nein. Oh nein. Ah, gut, gut. Gegen Ende nochmal richtig verloren, was hier auch anders... Hallo, Benedikt. Hallo, Benedikt. Hallo, Benedikt. Hallo, Benedikt. Hallo, Benedikt. Hallo, Benedikt. Gib dir, Benedikt. So. Ich hiermit will ich dann den Stream auch beenden. Äh, das braucht man alles nicht. So. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe es hat euch gefallen und dann würde ich euch mal sagen, bitte auf Abonnieren drücken und liken, um mich zu unterstützen. Und... Ciao. 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 Ciao.